Verwenden Sie einen Gerät für die Stecknuss. 16. Schrauben Sie das Auto. AUTODOC empfiehlt. Jede Woche posten wir neue Videos. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. 3. Reinigen Sie die Bremssppläuser und reinigen Sie die Bremssattel. 4. Verwenden Sie denilippen Ratschenschlüssel. 5. Schrauben Sie die Bremssattelbeherrung an. 6. Schrauben Sie die Bremssattel-Einige Bremssattel an. AUTODOC empfiehlt, was Sie das bei den Bremssattel-Skritten im Torstuhl/. AUTODOC empfiehlt, ist es zu vermeiden, dass Sie die Bremssattelbeherrung ein. 6. Schrauben Sie das Schnitt der Bremssattelbeherrung an. AUTODOC empfiehlt. 6. Lösen Sie die Bremssattelbeherrung an. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.